Ich werde meine Hand tatoowieren, ich lasse los. Ich will auf meinem Kopf formatieren, er wehrt sich bloß. Und wenn ich glaub, ich hab mich gefahren, dann geht's auch schon, doch ich will nichts verlau'n. Es sieht zwar nicht nach Chancen aus, doch den Kurs, den Reif, verlau' ich raus. Es istaime, ich hab mich gefahrenped herein. Ich snüge die Haut, die Hände, dass die Dage ist. Ich schiebe die Erfahrung von den Lil快 in der Nähe. Bis zum nächsten Mal.